Musik Speedy Rantan, Tony Hawk's Pro Skater, School Miami, weiter geht es. Hier weiß ich leider nicht genau, wo alle Ziele sind, ich versuche aber alle für euch zu kriegen. Als allererstes mal die Punkte, würde ich sagen. Macht am meisten Sinn. Zack. Nice. Ice Guard Tape. Die Tische muss man anfahren. Ah ok, grinden, so wie es aussieht. Ach Gott, an dieses Level kann ich mich so gut wie gar nicht mehr ändern, das ist echt krass. Ich glaube noch, zu wissen, dass das Tape oben irgendwo liegt. Ah, hier kann man schon mal anfangen Skate zu sammeln. SK. Ah, ah, ah. Ah. Punkte abstauben. Da ist es T. Hier hinten läuft ein wunderschönes Skate-Video, sehr cool gemacht, für damalige Feilsnisse. Cool, Skate hätten wir dann auch schon abgehakt. Machen wir noch ein paar Punkte. Ich glaube, die hatte auch noch einen weiteren Grab-Trick. Unten links. Nein. Unten rechts. Nein. Oben links. Nein. Oben rechts. Nein. Links oben. Nein. Oh, ich verliere langsam an Special. Und da ist es auch schon weg. Ah, und da habe ich die Pro-Score geschafft. Supergeil. Woohoo. Speedy Rantan. School Miami. Schluck vom Radler. Dry Tapes. Stats increased. Scheinen sich alleine aufzuleveln. Okay. Äh, die gute VM. Äh, continue. So. Dann, retry. Was haben wir noch nicht? Wir haben noch nicht das geheime Tape und alle fünf Tische. Ich würde mal fast vorschlagen, zuerst das geheime Tape zu holen. Okay, so kommt man nicht da hoch. Nee, da gab es ja einen Drum-Bass-Track. Zumindest so einen sanften irgendwie. Okay, täuscht mich meine Erinnerung oder täuscht sie mich nicht? Mhm. Äh, hier komme ich wieder an den Anfang. Wo war das verfickte Tape? Ähm. Wohl doch nicht hier oben, ne? Ah, Speedy Rantan. Was tust du? Ah, geh mal da runter. Drecksau. Zack. Gleich mal Randale in der Schule gemacht. Geh auf. Wo ist das Tape? Ja, wo ist es? Speedy Rantan sucht es. Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist hier oben. Ach, da oben ist es ja auch möglich. Und retry? Zack. Die da hoch ruckelt. Herr, wär so scheiße. Okay. Hier hoch. Gehst du noch. Ah. Scheiße. Ich bin wohl zu langsam. Zack. Äh, hier versuchen zu grinden. Oder einfach so. So geht's auch. Ab geht's. Deines Tape. Ich hab dich. Juhu. Und direkt retry. Ich hoffe, er speichert ist, wenn ich retry. Aber ich geh davon aus. Ah. Das Soundtrack. Ich hab ihn geliebt. So, da war Tisch Nummer 1. Okay. Ach Gott. Memories. Ähm. Geh auf den Kacktisch. Sag. Wo ist noch einer? Sing in the song. Auch meine Bong. Cheech und Chong. Kickflip-Song. Tisch. Sag ihn wohl. Aber ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass ich mehr Probleme mit der Steuerung habe. Weil es ja doch sehr langsam ist im Vergleich zu neueren Tony Hawk-Spielen. Aber es läuft. Läuft definitiv. Ähm. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die anderen Tische sind. Zack, zack, zack. Mülltonne. Hm. Hm. Äh. 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 About what to do. Weil ich werd wissen, wo die Tische sind. Wo sind die Tische jetzt hin? We try. Alla hopp. Ähm. Hopp. Geht doch truff. Zack. Zack. Zwo. Ah, dahinten ist der Nächste. Drei. Vier. Hier oben ist keiner. Ach, der letzte war ja nicht. Oder? Oder? Sag mal. Ich seh ihn nicht. Hi. Hey, hey, hey. Hä? Ist das das? Ha ha. Ha 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 ha. Oh. Yeeha. Yeeha. Okidoki. Ha. Wad. Zack. Wallride und Kickflip. Leg mich am Arsch. Keine was. Keine was. Keine was. And run. So, ich habe ein Tape. Ich habe ein Tape gefunden. Und das dürfte es jetzt wohl gewesen sein, oder? Tape Challenges. Was, was, hä? Ah ja. Da sind sie nochmal alle aufgelistet. Und ich habe gewonnen. Und gehe back. Back, 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 back. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Level. Tschüss.